Wenn ich diese Zeilen schreibe, sitze ich unter freien Himmel. Hier in der freien Natur werde ich der sein, der ich bin. Hallo, ich bin's, Martin. Back in reality. Stell, Nox, vor dem Schlafengehen zum Einschlagen eine Tablette. Ich wollte dich mal fragen, wann ich meine Sachen holen kann. Alles gut. Zipramil, gleich morgens nach dem Aufstehen eine Tablette. Ich kann Ihnen Ihre alte Stelle nicht wieder anbeten. Es gibt eben im Unternehmen starke Vorbehalte gegenüber Ihrer Belastbarkeit. Und dieses Neuropeum? 55. Für jede Mittagsmahlzeit eine Tablette. 35. Sie waren in einem halben Jahr in der entsprechenden Einrichtung. Wo ist denn? Ja, was ist denn? Ja, Peter. Martin? Martin. Grüß Gott. Freunde. Wissen Sie, wo Ihr Sohn sich zurzeit aufhält? 10 Uhr! Hat die Halubstination nicht angefangen, als Sie Ihre Tabletten abgesetzt haben? Diesen kleinen Jungen, den haben Sie sich eingebildet. Ja klar, ich höre Stimmung. Victor! Victor existiert. Er hat mir das Leben gerettet. Hast du Angst? Ja, mein Schwein. Du hast keine Angst, ne? Ich fühle mich so frei, wie zu froh. Ich fühle mich so frei, wie zu froh.